Liebe Freunde von Einfach Klettern, ich bin heute mit Crashpad in der Nürnberger City. Ich treffe mich mit Chris und David zum Parcours bouldern. Heute sind wir mit Chris und David in Nürnberg unterwegs. Beide wollten, droppen, jumpen und tic tacen an Nürnbergs Mauern und Vorsprüngen und bringen Marc ein paar neue Moves bei. Das Wort Parcours bouldern hat er sich zwar nur ausgedacht, aber wie groß die Überschneidung zwischen Parcours und bouldern wirklich ist, das finden wir heute gemeinsam heraus. Sollen wir loslegen? Ja gut, dann würde ich das sagen, vielleicht erster Versuch ist mal sich hier hin zu hängen, Füße an die Wand und von da aus an die obere Mauer zu kommen und wieder runter zu kommen. Ich glaube bisschen easier ist, wenn man sogar mit der Ecke arbeitet, dann kann man vielleicht von hier sich hoch und von unten wieder runter. So, ich mein, ist gut, glaube ich, für die Finger ein bisschen warm zu werden, ein bisschen Gefühl für die Wand zu kriegen. Ja, ist nice. Das sah bei dir leichter aus. Ja, geil, 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 geil. Ist schwerer als es aussieht. Ich dachte, das ist eine Kletterbewegung, kein Problem, aber nee, ist schon anders jetzt hier an der Betonwand. Ich mein, und ich glaube auch die Wand ist ja anders als ein Klettergriff, weil oft hat man doch die Griffe, die ein bisschen rum, man kann ja immer ein bisschen reingreifen, hier kann man halt nur flach. Ja, das ist so ein richtiger, da ist nicht viel. Aber deswegen mit der Ecke, wenn man eine Hand hier in der Ecke hat, gut, und dann mit der startet vielleicht hoch und dann auch wieder an die Ecke zuerst, dann kann man sich so ein bisschen so ein bisschen gegenlehnen. Gut, dann, zweiter Versuch. Ja, geil. Und langsam, langsam. Yes. Mein erster Parcours-Send. Jawoll. Also, was mich von Parcours quasi so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass ich den Respektabstand vor Parcours beibehalten habe, ist der Betonboden. Ja, voll. Ich mein, wenn man irgendwie viel nur ... Die Bewegung und alles finde ich cool und hab auch Lust, das heute auszuprobieren. Aber das hier, das ist der Grund, warum ich Respekt davor habe. Dass man merkt, dass der Boden eigentlich dein Freund ist. Ja. Weil, ich mein, wenn man sich gut abrollt und sich gut abfängt, dann tut der Boden eigentlich nicht weh. Also, die Schwachpunkte sind immer die Gelenke. Gelenke. Ansonsten kommen eigentlich eher so Kratzer oder so an die Plätze. Okay, Challenge 2, glaub ich, wäre hier hängen. Oh, ohne Ecke. Und dann hier rüberkommen. Okay. Wenn man Bock hat, geht man noch hier hoch und geht dann in die Stützung ganz hoch. Oder, keine Ahnung. Okay. Das ist jetzt stark. Das wird ein langer Tag. Das ist ein ähnliches Gefühl wie beim Bouldern eigentlich. Das ist ein Problem, man braucht eine Lösung und man ist glücklicher, wenn man oben ist. Ja. Die sind super biegsam. Oh. Ganz dünn. Super dünn. Man spürt jede Landung. Gut verstanden. Das sind fast so Boulderschuhe, würde ich sagen. Die sind wirklich richtig dünn. Also, ich spüre den anderen Finger quasi durch die Surne durch. Ja. Ich meine, die sind natürlich auch ein bisschen ausgetreten jetzt. Aber dann werden sie perfekt quasi. Das kommt auch so ein bisschen darauf an, was man genau machen will. Also, gerade viele Leute, die an Stangen unterwegs sind, schwingen und so balancieren machen, die benutzen eher die dünnen Schuhe. Okay. Und Leute, die jetzt halt viel auf Dächern rumspringen und sehr viele Drops taken, die haben meistens schon auch dann andere dickere Schuhe. Okay. Wollen wir mal ums Eck schauen noch? Gerne. Traditionell ist hier eigentlich dieser Dino. Also, man könnte auch hier, oder man kann ja auch an der Ecke da machen. Du meinst die Mitte? So. Hoch. Am besten komplett aushängen. Ja, aushängen. Und dann, bam. Also, erstes ganz wichtig ist eigentlich immer, wir machen immer einmal so vorher den hier. Weil man hat halt immer Staub vom Boden. Ja. Und sobald halt eine kleine Staubsicht da ist, Staubschicht da ist, rutscht man halt. Aber sobald man frei macht, hat man halt irgendwie Grip. Ja. Und dann möglichst. Händen lang, möglichst. Möglichst lang. Ja. Und auch hier ist eigentlich wichtig, dass, sag ich mal, der komplette Fußballen aufliegt halt. Und nicht nur die Zehen. Ja. Weil dann rutscht man weg. Aber umso mehr Fläche da ist. Ja. Und dann zieht man. Und dann drücke ich sozusagen mit dem Bein. Also erst ziehen, dann drücken, dann weg. Ziehen, drücken, weg. Ziehen, drücken, weg. Yes. Okay, das geht. Ja. Ging, oder? Beim Bouldern, also beim Felsbouldern, würde jemand spotten. Macht ihr das auch? Nein, macht ihr nicht? Also wir spotten generell bei fast gar nicht. Ich will ja eure Kultur besser verstehen und kennenlernen. Das ist ein bisschen crazy beim Parcours. Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist manchmal auch ein bisschen stolz dabei. Dieses Challenge schaffen muss man alleine schaffen irgendwie. Okay. Von Anfang an lernt man halt, dass man draußen immer auf Beton ist. Man hat keine Matten, man hat auch niemanden eigentlich, der einen retten, also safen kann. Ja. Und damit lernt man halt schon, ich kann mich in jeder Situation selber irgendwie abfangen. Ja. Ist gleich wie beim Dino, anstatt dass man hoch springt und greift, drückt man quasi. Okay, alles klar. Man zieht eigentlich. Man zieht an der Mauer seinen Oberkörper hoch und ist recht nah an der Mauer. Ja. Um dann von hier aus nur noch hoch zu drücken. Okay. Bisschen wie so ein Muscle-Up an der Stange. Oder wie auch beim Bouldern am Fels, der Ausstieg manchmal. Ja. Ja, ja, ja. Geil. Den hast du. Das kann ja alles nicht direkt klappen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Stark. Geil. Parcours. Ja, ich merke das zu 100 Prozent. Ihr habt Fußtechnik. Ihr macht alles über den Fuß. Dass man halt Kontakt hat und viel Reibung, viel Fläche. Genau. Und dadurch ist man eigentlich auf dem Tritt. Aber mein Kletterhirn sagt mir halt, da ist kein Tritt. Ich rutsche weg. Ich rutsche weg. Yo. Mit Tritt. Sehr geil. Yes. Der Kletterer fühlt sich mit Trittsicherer an. Schau mal hier Felix. Mein Kletterauge hat natürlich den kleinen Tritt entdeckt. Na ja, man könnte jetzt probieren, ob man da an die Stange hochkommt zum Beispiel. Man würde sozusagen zwei Schritte am besten hier oben machen. Also ich mache zum Beispiel rechts, links, rechts. Okay. Dann würdest du auch hier rechts, links und dann mit rechts an die Wand. Okay. Genau. Das kann man jetzt auch einfach ein paar Mal, dass man ein bisschen das Gefühl bekommt. Und am besten, die Hände sind nicht weg. Weil wenn du halt wegrutschen würdest, dann knallt man sozusagen. Yes. Geil, geil, geil. Stark. Okay. Okay. Boah. Ich habe die Steckung. Ja, genau. Jawoll! Ich mache es jetzt schon über zehn Jahre eigentlich. Und David jetzt auch schon an die acht oder neun. Dadurch, dass man halt auch, das ist mein bisschen, man macht es halt jeden Tag. Ja. Über die letzten zehn Jahre. Und man hat natürlich nicht damit angefangen. Man steigert sich ja ganz langsam. Aber ich fange an. Du wirst schon direkt an. Aber du bist ja auch dran gewöhnt. Das ist ja auch gut. Ja. Und dadurch, glaube ich, kann sich der Körper sehr gut anpassen. Total viele Ähnlichkeiten zwischen Klettersport und Parcours. So dieses Community-Ding. Ja. Dieses, man hat ein Projekt. Man kriegt Tipps von den Leuten, die drumherum stehen. Probiert sich Sachen abzuschauen. Es hat die Höhe. Die Versuche auch, dass man mehrmals braucht, bis man es überhaupt geschafft hat. Ja. Pause machen, damit man überhaupt eine realistische Chance hat. Am ersten Spot dachte ich, okay, wir sind jetzt 20 Minuten hier und dann ist es gut. Wir waren deutlich über eine Stunde da. Ja. Und wir hätten auch noch locker eine Stunde oder zwei dranhängen können. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Dass wir eigentlich... Dass zehn Quadratmeter Beton einen quasi vier Stunden beschäftigen können. Und der Witz ist ja, wir sind ja nur in den Oberkörperteil von Parcours eingedeift. Ja. Parcours entwickelt sich ja noch viel mehr mit Sprünge und... Und akrobatische Sachen noch. Aber auch kreative Bewegungen einfach, die man sich ausdenken kann. Man kann einfach an einer Bewegung schon eine Stunde an einer Stange irgendwas machen. Das ist ja, wir machen, dass die zwei Stunden kommen sind. Schritt nach unten. Daniel Mann James wissen, wie wir sind ja noch alles und binden. Das ist ja, wir sind ja auch. Da, unsereitβα, wir haben immer wieder eine Asitende. Dann haben uns ja noch mal dabei. Jetzt sind ja noch mal dabei. Das ist ja, wir sind ja schon. Wir machen jetzt mal. . . . . . . Manchmal braucht es ein paar Trice. Kennst du doch vom Bolzen, oder? . . . . Das ist schon richtig. Ich habe ein bisschen geholfen, aber war, glaube ich, ganz gut. . 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 Also es machen ganz, ganz wenig Leute. Würde ich euch wünschen, dass es anders wird? Wünscht ihr euch, dass mehr Leute Parcours machen? Ich denke, es ist stadtspezifisch. Wenn du jetzt zum Beispiel nach London gehst, da hast du einfach eine krassere Architektur, die besser für Parcours geeignet ist. Demnach gibt es auch mehr Leute, die da trainieren. Aber klar, wenn du jetzt eine Parcours-Halle hättest, wie in München oder jetzt auch in Regensburg, dann ziehst du natürlich die Leute direkt rein, weil du einfach einen Safe-Space hast, du hast ein Dach über dem Kopf, du kannst trainieren gehen, wenn es regnet. Das würde auf jeden Fall die Community vergrößern. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass einfach noch mehr Leute so viel Spaß oder so eine Leidenschaft finden würden, wie ich habe. Es muss nicht Parcours sein? Es muss nicht Parcours, genau. Aber Parcours hat mir oder uns ja so viel fürs Leben oder einfach von der Erfahrung her gebracht, dass ich mir schon wünschen würde, dass viel mehr Leute sowas auch erfahren könnten. oder erfahren dürfen. Wenn jetzt Leute zu Hause dieses Video sehen und denken, die drei Jungs hier hatten richtig viel Spaß, das sah so aus, als hätte ich da auch Spaß dran. Wie bekomme ich einen Zugang zu dem Sport? Wenn ich einfach zu Hause sitze, ich kenne niemanden, der Parcours macht, gibt es einen allgemeingültigen Tipp, wie man es schafft, da irgendwie Zugang zur Community zu bekommen, um erste Schritte im Parcours zu machen? Also eigentlich, also jede größere Stadt in Deutschland oder eigentlich fast jede Stadt, glaube ich, in Deutschland, gibt es mittlerweile Leute, die Parcours machen. So, man kann irgendwie über Social Media oder Instagram irgendwie Zugang zu denen bekommen. Das geht eigentlich. Also wenn man einfach nachschaut auf Social Media. und ansonsten der beste Tipp ist, einfach rausgehen und wirklich selber, auch wenn man allein ist, anfangen auszuprobieren. Wenn man sagt, das könnte mir Bock machen, vielleicht noch ein paar Freunde mit dazu nehmen und dann einfach machen. NBD, NBD, NBD. Never been done. Never been done. Erstbegehung. Maybe, ja. Jetzt schaffen wir ihn. Team Run. Team Run. Hast du mich, Junge? Ja, glaube ich. Hast du? Mit ein bisschen Hilfe kann man alles schaffen.